Erstens bin ich deshalb Vietreporter geworden, weil ich es geil finde draußen im Stadion. Ich war nie Hallensport, das hat mir immer zu sehr gestunken. Also kein Problem, wirst mich auch nie mit Schirm da sehen. Das Einzige, was halt wirklich tatsächlich nervt, du hast halt diese Maske auf. Und du und ich, wir sind Brillenträger, das heißt, die ist pausenlos beschlagen. Dann stehen die Spieler zwei Meter von dir weg. Jeder kriegt einen eigenen Kopfhörer, den müssen die sich dann da erstmal reinfummeln. Dann hören die dich nicht, dann musst du sie anbrüllen. Dann hast du mit der Maske halt leider auch, und ich frage ja auch gerne mal ein bisschen anders, auch mal gerne mit einem frechen Grinsen im Gesicht, aber das fällt halt leider unter der Maske weg.